Ich versuche, alle Ängste zu verdrängen, die Bedenken, die um meine vor schnell erlittene Niederlage kreisen. Ich sag's mir vor. In meinen Händen ist alles drin, was mich ausmacht, alles, was ich sein will. Ich in meiner besten Version. Die Geschwindigkeit und die Wucht und die Konzentration und alles so unwiderstehlich. Im Ring existiert ein besonderer Sog. Als würde ich in einen Fluss springen, der mich auf die Kante eines Wasserfalls zuschleudert, durch Strom schnellen gegen Steinbrocken ein und der Tauchein fortreißen, bis ich mich ans Ufer retten kann und weiß, dass ich diesen Wirbel unbedingt wieder erleben will. Ich zähle mit drei Schläge vier, mein fünfter, ein linker Aufwärtshaken trifft, ein Punkt für mich. Der andere greift an. Eins, zwei, links, rechts, ich wipp zur Seite, vorbei. Ja, eins und zwei, links und rechts, ich wipp zur Seite, vorbei. Weiterhin, eins zu null für mich, sagt das heimliche Metronom. Das Ding, Ding, meine Schnitte zählt, meine eigenen Schläge und die des anderen. Der Ausweichkonter trifft. Shit, eins zu eins, hart auf meine Stirn. Die Vorstellung blitzt immer auf, wie das Hirn im Schädel schwappt, als es meinen Kopf nach hinten reißt. Man hat mir davon erzählt. Und jetzt werde ich das Bild nicht mehr los. Das eigentlich gefährliche am Boxen ist die Bewegung, die einen Treffer im Kopf auslöst, wenn das Hirn an die Schädel in den Seiten stößt. Und ich sauge Luft ein, weiße fest auf den Zahnschutz. Komm, schlag, schlag zu, ja komm, schlag, schlag zu, ja komm, schlag, schlag zu. Und ich weiß, was kommt, was in mir geschieht. Ja, ich weiß, was kommt, was in mir geschieht. Ja, ich weiß, was kommt, was in mir geschieht. Ja, ich weiß, was kommt, was in mir geschieht. Anstelle von Kopf und Hirn, der Gefühle, Gedanke und Träume Gibt es nun auch die Leber, die Nieren und Rippen, die Gelenke und Knöchel Das Bewusstsein verlagert sich in die Eingeweide und in die Muskeln und Sehnen Denn überall kann Schmerz sein, überall kann Schmerz sein Überall, überall, überall kann Schmerz sein Ich in der Lunge als Brennen, im Magen als Übelkeit Ich, Bullschlag, ich, Blut, ich, Adrenalin, Endorphin, Desosteron Einer der Offiziellen, klopft auf den Tisch Zehn, zehn Sekunden bis zur Pause, acht, die letzten zehn sind die wichtigsten Sie werden den Kampfrichtern in Erinnerung bleiben Daran werden sie denken und wenn sie die Runde bewerten, das Schlauch meines Gegners Ich hör das Tisch in einer beschleunigenden Lok Doch ich spüre auf ne Stelle in seiner Deckung Und mein rechter Haken geht durch und der Kopf schnell zur Seite Und das Atmen wird zu einem Winzeln Vier, drei, zwei, komm schon 4, 3, 2, mach schon 4, 3, 2, komm schon 4, 3, 2, mach schon Komm schon, 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 mach schon Ja, endlich! Vielen Dank.